DMG MORI teilt mit uns die gleiche Vision. Es gibt keinen Stillstand, es gibt immer nur Fortschritt. DMG MORI passt in der Philosophie zu uns. DMG MORI. Mein Name ist Günter Kollberg, ich bin Leiter vom Bandagenwerk der Hammer G. Die Hammer G stellt Walzen her für jegliche Art der Verdichtung im Straßenbelag und für den Erdbau. DMG MORI. Wir haben drei Hauptmerkmale. Unser Vertrieb arbeitet weltweit. Zudem arbeitet jede zehnte Mitarbeiter hier am Standort in der Entwicklung. Und zum dritten haben wir das modernste Bandagenwerk der Welt. Wir fertigen im Moment zwischen 350 und 400 Bandagen in der Woche. Präzision bedeutet für uns, dass wir gleichbleibende Schnittwerte haben. DMG MORI unterstützt uns bei unseren hohen Qualitätsansprüchen. Die NX 10.000 von DMG MORI gibt es nur einmal in Europa und die haben wir. Also die Maschine ist bisher vom November bis jetzt tadellos durchgelaufen und wir hatten bisher keine Probleme. Auf der DMG MORI NX 10.000 wird gefräst, gebohrt, gespendelt und die nötigen Passungen hergestellt für unsere Lager, die für die Verdichtung sehr, sehr wichtig sind. Das Faszinierende ist gerade die neue Steuerung, auch optisch ist ein Highlight. Macht genau das, was wir brauchen. Genau das bedient sie. Also das ist eigentlich perfekt abgestimmt für uns. Die Hammer G wird nie stehen bleiben. 4.0 wartet nicht und mit dem G MORI haben wir einen starken Partner für uns gefunden. 4.0 wartet nicht und mit dem G